So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Farming Simulator 17. Warum Farming Simulator 17? Findet ihr volle Motte am besten? Fragen sind out. Wir fangen heute eigentlich an, mal eine gescheite Wohngegend hier zu bauen, die wir dann auch wahrscheinlich beziehen werden. Ich bleibe auf jeden Fall dran, wir haben 4.309.000 Euro auf dem Konto. Ich habe hier schon mal einige verkauft. Wir haben da hinten auch unsere Base, also unseren Laden- und Fahrzeugabhalte-Dingster-Boomster. Und wir fahren hier gerade mit dem Traktor Richtung Baugrundstück. Ich bin schon mit meinem Mustang vorgefahren. Und warum ich so komisch reden, dieser Traktor ist so laut. So, ich habe jetzt hier mal diesen Ding abgeholt, wo wir brauchen. Und dann fahren wir jetzt auch langsam weiter zur Baustelle. Ich hoffe, jetzt kommt hier kein Zug uns entgegen. Ja, wenn man davon spricht. So, dann machen wir noch den Kollegen. So, wenn es mal wieder wegfährt. Super. Perfekt. Dann können wir jetzt auch mal wieder hier durch. So, dann biegen wir jetzt hier auch ganz vorsichtig mit der Ware hinten ab. So, die fällt bisher nicht runter. Das ist sehr stabil, wie hier drauf steht. So, dann lassen wir die mal hier kurze Vorfahrt und dann biegen wir jetzt auch mal ab. Aber für die kleinen Autos mache ich hier ein bisschen Vorfahrt gewähren, wenn die uns immer Vorfahrt gewähren müssen. So, dann sind wir jetzt auch gleich an unserem Ziel. So, dann sind wir jetzt gleich auch da. Noch schön abbiegen. So, dann können wir den hier langsam auch hier eher in die Nähe von den Gleisen parken. So, und dann hier noch schön zumachen und wieder aufmachen. So, ich stehe jetzt hier etwas länger hier rum. Dann können wir jetzt hier mal raus. Und hier fällt auch mal der Zug entlang. So, können wir mit dem mal hier lang noch rausfahren. So, dann auch mal Lichter anmachen hier. Das passt dann auch. So, und dann können wir hier auch schon hier hinter. Aber ich sehe hier gerade, der Kollege hatte hier die Arbeit davor von uns hier nicht gescheit erledigt. Das finde ich schon mal sehr schlecht. Wir haben ihm sogar noch das hier bezahlt. Ja, weiß ich nicht, ob ich es so schön finde. Weil der hat jetzt jetzt viel vergessen hier. Jetzt muss ich das per Hand noch kurz machen. So, dann ist es auch erledigt. Jetzt können wir jetzt hier mal alles zumachen. Hier den hochfahren. Und dann direkt schließen, bitte. Danke. Und dann können wir hier mal mit dem Traktor etwas weiter nach vorne. Vielleicht lassen wir auch den hier fahren. Weil der hier hat jetzt wenig Power, dieser Traktor. Und dann muss halt dieses fette Ding immer rumfahren. Ich glaube, es wäre mal klug, den Schwertransporter für zu holen oder so. Ich glaube, der passt hier nicht drauf, nee. Ist eigentlich auch egal. Das ist relativ easy zu fahren. Aber auf dem Feld ist jetzt halt suboptimal das Ding. Das hier kann ich übrigens nicht mit dem Helfer arbeiten lassen. Ich muss nämlich das hier machen. Weil Helfer können das leider nicht asphaltieren. Glaube ich zumindest. Und ich möchte hier einzelne Straßen auch bauen. Darum müssen wir das leider per Hand machen. Das wäre cool, würde ich irgendwann mal dafür Helfer geben in der Mod. Die es einen machen oder keine Ahnung. Aber leider muss ich das erst mal hier per Hand machen. Was hier bei neuen Nebenbei sehr schwer ist. Ich habe die Straßen gebaut. Und so langsam, würde ich sagen, bauen wir mal das erste Haus, wo wir auch sogar einziehen werden. Okay, ich habe jetzt hier alles voller Gras gemacht. Das kann man eigentlich schon Rollrasen nennen. Aber ich würde sagen, wir bauen uns erst mal hier ein bisschen Häuser hin. Also das ist die ganze Fläche nicht für mich. Nur mein Haus wäre jetzt fertig. Aber ich würde auch meinen Bus dann da rein parken können. Schaut mal hier. Das geht sogar auf. Also ich will zu machen. Ja. So. Und das Problem ist, ich kann hier einfach... Äh. Gehen Sie mal bitte von meinem Haus runter. Danke. Auf jeden Fall. Ich kann hier nicht parken, aber ich habe hier einen Briefkasten. Hingestellt. Und da kann ich jetzt natürlich hier meine Farbe hinzuschreiben. Und ich mache das alles in Rot. So. Dann machen wir hier 0, 0, 0, 1. Und dann machen wir hier meinen Namen. So. Da habe ich jetzt nochmal ein Dchen geschrieben. Die Nummern. Tada. Okay. Vielleicht ein bisschen heller. So. Es soll ja schon etwas leuchten. Ja. So kann man es eigentlich sehr gut lesen. Da kann man mir auch immer Briefe zuschicken. Ja. Ich wohne hier bei der Gasse. Der Außerhalb der Stadt. Ähm. Bei der 0, 0, 1. Könnt ihr euch merken. Da können die Fanposts aber irgendwas hin. Aber das ändern. Ja. Aber. Egal. So. Dann steigen wir auch in den LKW ein. So. Machen die Tür wieder zu. So. So. Das war Licht an. Dann. Das war das. Einmal umleuchte. So. Ich bin jetzt auch hochgefahren und zurückgefahren. So. Dann müssen wir jetzt hier ganz vorsichtig an den Gleisen entlang fahren. Und hier kurz wenden. Es sieht so gefährlich aus wie es auch ist hier. Das ist dieses Eck gefällt mir nicht. Ich glaube das werde ich irgendwann vielleicht mal ersetzen zu einer gescheiten Autobahn oder so. Also Autobahn nicht sowas hier. Muss ich mir da überlegen. Es wird auf jeden Fall sehr schwer hier hochzukommen mit dem LKW. Ist auch die dümmste Rote von mir ausgebildet. So. Dann auch die letzte Abbiegung. Und dann haben wir gleich auch unser Ziel erreicht. Es befindet sich auch direkt gleich rechts vor ihnen. Hallo. Ziel. Tada. Das ist unser Ziel. Miss Gott. Okay. Das ist unser Ziel hier. Auf jeden Fall. Schön. So. Dann muss ich jetzt hier auch mal wieder runterfahren. So. Ganz vorsichtig. Natürlich noch dichter an. Das. Dass man aussehen kann. Aha. Da passiert was. Das muss vorsichtig sein. Alles wegen Sicherheitsgründen. Dann fahren wir mal rückwärts. Und parken das wieder. So. Und noch rückwärts fahren. Und das zweite Fahrzeug wird weggefahren. Der Traktor will hier fast gar nicht vor. So. Sollte ich mal doch lieber rundum leuchten anmachen. Zur Sicherheit. So. Dann mit dem zweiten Traktor auch vor falsche Seite. So. Aber jetzt mit dem richtigen Traktor an der richtigen Seite. Okay. Wir sind jetzt auf jeden Fall gleich da. Und dann haben wir den Traktor auch noch abgegeben. Und dann schauen wir mal morgen was dann so passiert. Wir haben 6 Uhr. Und jetzt müssen wir mal mit unserem Auto schnell zu unserem Job fahren. Also zu unserem Arbeitsplatz. So. Da mache ich auch unsere Tür auf hier. Hallo. Ja. Und mal das Licht an. Damit wir hier mal schauen. Okay. Dann tue ich mal kurz mein Tablet hier reinladen. Und das ist geladen. Cool. Dann nehme ich es mal raus. Und dann schaue ich jetzt mal hier an dem PC. Was wir heute machen müssen. Ich habe jetzt ein bisschen nachgeforscht. Unser Auftrag ist heute nicht mal so krass schwer. Wir müssen hier oben. Da bei der Autobahn hier. Ab hier so hier anfangen eine Strecke zu bauen. Also mit Asphalt. Dann hier so rüber zur... Da hinten bei der Bäckerei. So von da so nach da. Ich weiß jetzt nicht was ich bringen soll. Vielleicht soll ich dann in Zukunft irgendwann noch weiter bauen. Aber ich würde mal sagen. Dann hol mal die ganzen Sachen und fahren mal weiter. Ich bin bei unserer Stelle hier angekommen. Ich brauchte noch kurz die Karte dafür. Und was ich jetzt eigentlich kaufen wollte. Ist ein bisschen Absperrung. Damit wir hier die Straße absperren können. Damit ich auch von außen so eine kleine Einfahrt machen kann. Und dann müssen wir nach danach. Nach dem Job nochmal nach Hause. Und schauen ob wir die Rechnung bekommen haben. Von dem letzten Auftrag. Die Straße ist einigermaßen sauber abgesperrt. Wenn ich mal so sagen kann. Und die hupen hier. Hallo. Hallo ihr Idioten. Die ist abgesperrt. Hier wird gleich was gebaut. So, dann ab in unser Traktor. Und starten. Ich mach sogar rundum durch die anderen. Selbst die Idioten da unten sehen. Dass wir hier arbeiten. Also das kann es doch keiner erzählen. Wie unverschämt. Ich weiß es nicht genau was es hier sein soll. Aber ich glaube es soll so eine Straße sein. Wo dann so ein kleiner Fußgänger. Beziehungsweise Fahrradweg kommt. Kann sein. Weiß ich jetzt nicht so genau. Die Gemeinde hat einfach mal geschrieben. Ja, wir möchten hier einen Weg haben. Und genau was sie da wollen. Haben die jetzt nicht geschrieben. Fand ich jetzt auch ein bisschen schade. Aber ja, wir können auch so arbeiten. So, wir haben jetzt hier auch die Absperrungen weg gemacht. Die Autos fahren hier wieder ganz freudig. Und ich muss euch da mal was zeigen. Weil wenn ich jetzt nämlich hier so weitergehe. Richtung Weg da hinten. Da sieht man einmal fast gar nichts. Finde ich irgendwie schade drum. Ich glaube, wir sollen vielleicht irgendwann hier auch mal Bäume hinpflanzen. Und die hier mal wegmachen. Auf jeden Fall sagen wir hier so einen Weg hinbauen. So, aber ich weiß nicht warum. Aus diesem Stein. Aber naja, ich soll halt anschlägt, glaube ich, so ein Fahrradweg. So, ich muss gar nicht sagen, wie gesagt. Ich habe hier auf jeden Fall nicht mal so schlecht aus. Ich finde es übrigens Kraft, dass das Gras rauswächst. Irgendwas, was auch immer ist. Aber naja, kann ich jetzt machen. Hier sind wir nichts. Also ich verstehe es nicht. Aber naja. Übrigens, was, wenn ihr wisst, oder wissen, wie es könntet, was es sein könnte, hier auf den Link. Könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Würde mich sehr interessieren, warum sie ausgerechnet aus diesem Blog hier. Oder was sie allgemein sein soll. Weil ich habe hier einfach nur gesagt bekommen, ich soll hier bis dahin ein Ding bauen und schreibe es. Also, ne. Wenn man nicht so auf die Karte geht. Ja, dann passt es eigentlich schon, ja. Na ja. So, und wir schauen jetzt mal, was wir es verdient haben. Also, ich schaue es erst mal auf den Computer. So. Und wir haben... Es hat einen Betragsmausfilm. Okay. Ich würde sagen, das war so Grundbau und so könnten wir so drei, ne, ja, so 50.000 verdienen. Und so. So, da habe ich... So. Das ist 50. Dann... Und nochmal drei. So. Und das ist der Ding. Oh. Kommt keine Meldung. Schade. Auf jeden Fall haben wir es auf jeden Fall gedruckt. So. Wir können sagen, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lass gerne positive Bewertungen da auf den Kanal. Und ich fahre jetzt erst mal nach Hause. Tschüss.